Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von Weinverstehen leichtgemacht vom 19.09.2020 und damit begrüße ich euch auch alle recht herzlich zu unserem ganz großen neuen Themenblock, Weine aus deutschsprachigen Anbaugebieten und in dieser Folge starten wir selbstverständlich in Deutschland und damit wird auch natürlich nochmal der Riesling hier in den Mittelpunkt gestellt und dazu gesellt sich eine unbekannte, aber vielleicht auch eine der deutschesten Rebsorten, nämlich die Scheurebe, die schon eine wechselhafte Vergangenheit hat und sowas wie ein kleines Revival die letzten Jahre erlebt hat. Es sind einige Episoden angedacht. Die Länder, die wir besprechen werden, ist zum einen natürlich jetzt Deutschland. Dort werden wir insgesamt vier Weißweine probieren, Also die nächste Ausgabe, die WVLG 33, am 31.10. wird dann Deutsche Weißweine Teil 2 sein, wo wir dann ein Weiß- und ein Grauburgunder probieren. Die direkte nächste Folge erscheint dann am 10.10., wo ich mich dann sehr darauf freue, euch vielleicht die weiblichste Rolle in der Weinwelt präsentieren zu dürfen. Ich habe nämlich eine sogenannte Weinprinzessin für ein Interview gewinnen können. Das also am 10.10. und am 31.10. geht es dann weiter mit dem zweiten Teil der Deutschen Weißweine. Nach Deutschland werden wir uns dann nach Österreich begeben, selbstverständlich auch ein von Weißwein dominiertes Anbaugebiet. Dann geht es nach Italien. Natürlich Italien italienischsprachig, aber Südtirol ist deutschsprachig. Die Minderheit dort hat er auch Deutsch nach wie vor als Amtssprache. Dort werden wir dann eben Südtiroler Weine probieren. Dann geht es weiter in die Schweiz, die sprachlich ja auch zweigeteilt ist. Die Deutschschweiz hat auch einige interessante Weine zu bieten, die wir als Deutsche so gut wie gar nicht auf dem Radar haben. Und last but not least geht es noch nach Frankreich. Auch hier natürlich Französisch, die Sprache schlechthin. Aber in dem kleinen Teil Elsass, das ja durch den Rhein von Deutschland getrennt ist und auch eine sehr wechselhafte Vergangenheit hat. Das hat ja mal hier dazugehört, mal dort dazugehört. Die Leute dort sprechen noch ein bisschen Deutsch. Es wird aber in der jüngeren Generation immer weniger. Nichtsdestotrotz möchte ich das Elsass also mit in diese Aufzählung der deutschsprachigen Weine mit aufnehmen. Und dort erwarten uns dann eben zum Abschluss diesen großen Blogs noch mal sehr spannende Vertreter aus Frankreich. Ja, so gesehen kommen hier einige Episoden auf uns eben zu. Und ich würde sagen, das dürfte sich bis mindestens Mitte, Ende nächsten Jahres hinziehen, wenn ich es hinbekomme zwischen den einzelnen Seminarepisoden noch die ein oder anderen interessanten Gesprächspartner für Interviews gewinnen kann. Hier auch noch ein kleiner Aufruf. Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr glaubt, dieser sei ein Experte zu diesem Thema im weitesten Sinne, dann meldet euch ruhig bei mir. Vielleicht können wir das dann gemeinsam eintöten, mit eurem bekannten oder vertrauten Experten ein gemeinsames Interview hier auf diesem Kanal zu organisieren. Bevor wir wie üblich aber mit den drei Key Facts in das Thema einsteigen, gibt es noch ein bisschen Informationen, Updates von meiner Seite. Zunächst mal möchte ich anfangen, damit mich für die Ophonic-Spende von einem meiner Hörer zu bedanken. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Die E-Mail ist bei mir leider etwas untergegangen, aber nichtsdestotrotz herzlichen Dank für die großzügige Spende. Leider ist die E-Mail, die ich dann bekomme, anonym, sodass ich keinen Namen habe oder weiß, wer es gemacht hat. Aber unbekannterweise herzlichen Dank für diese Spende. Das hilft mir sehr, diesen Podcast am Laufen zu halten. Und damit sei auch nochmal der Aufruf verbunden. Wer mich unterstützen möchte für dieses Podcast-Projekt, der kann das entweder mit dieser Ophonic-Spende zu tun. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes wie üblich oder auch per Paypal. Ganz einfach kann mir jeder einen kleinen Betrag, alles hilft, gerne überweisen. An zweiter Stelle möchte ich jetzt hinweisen, dass endlich die versprochenen Podcast-Weine auch in meinem Online-Shop auf weinpodcast.de erhältlich sind. Das hatte ich ja schon in den letzten Ausgaben versprochen. Ein Hörer hat mich jetzt vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass die noch gar nicht online sind. Der eine oder andere wird es also vermisst haben. Das habe ich jetzt schnellstmöglich nachgeholt. Und die versprochenen Weine für viele meiner Vorgängerepisoden sind jetzt in meinem Shop zu bestellen. Und wer darüber hinaus noch andere Weine haben möchte, kann auch gern auf mich zukommen. Insbesondere Weine aus dem Vinexos-Sortiment kann ich euch dann zu einem sehr guten Preis auch zukommen lassen. Als nächstes möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt eine Facebook-Gruppe gibt, die sich Weinverstehen leicht gemacht nennt. Dort sind auch schon ein paar Hörer und Online-Kurs-Einschreiber-Kunden dazugekommen. Das ist aber eine sehr praktische und einfache Art und Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu bleiben und ihr auch Feedback geben könnt oder Anregungen hinterlassen könnt. Und auf diesem Kanal werdet ihr in Zukunft auch immer die neuesten Updates und Nachrichten aus der WVLG-Welt dann bekommen. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr die Möglichkeit habt, insbesondere auf iTunes Bewertungen und Rezessionen abzugeben. Ich kriege ja einmal in der Woche eine statistische Auswertung, wer wie viel mich gehört hat. Da viele Hörer von euch hören ja meinen Podcast über Spotify. Da kriegt man auch eine Auswertung. Aber dort ist die Möglichkeit nicht gegeben, Kommentare oder Meinungen zu hinterlassen. Aber auf iTunes würde ich euch bitten, nochmal den einen oder anderen, wenn irgendwie möglich, positiven Kommentar oder Rezession zu hinterlassen. Wir liegen ja schon noch in den Top Ten in der Subkategorie Essen oder Food, in der Kategorie Kunst, glaube ich. Da würde aber schon noch Luft nach oben sein. Und je mehr sich von euch dort bemühen oder zumindest eine Sternebewertung hinterlassen, desto prominenter und mehr Hörer finden meinen Podcast. Und damit wächst auch unsere Community, wovon wir dann letzten Endes wahrscheinlich alle auch profitieren werden. Damit sich von euch möglichst viele einschreiben und meinen Kanal abonnieren auf Facebook, habe ich mir auch ein kleines Gewinnspiel ausgedacht. Und zwar, es werden wieder zwei WVLG-Sets, also Tischunterlage, Untersetzer und die Verkostungsnotizvorlage als Spickzettel für die Aromen verlost bzw. ausgeschrieben. Und dazu gibt es dann eben auch noch einen 10-Euro-Gutschein für meine Online-Weinkurse. Und zwar möchte ich diesmal euch keine Quizfrage stellen, sondern das Zufallsprinzip entscheiden lassen. Und zwar gibt es zweimal diesen Preis zu gewinnen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich lasse die Reihenfolge von euren Einschreibungen entscheiden. Und die Nummern, die gezogen werden, wird die Dauer der Aufnahme der nächsten Episode sein. Also beispielsweise, wenn die nächste Episode 59 Minuten und 13 Sekunden dauert, dann gewinnt derjenige, der sich als 13. oder als 59. eingeschrieben hat. Und die Auflösung gibt es dann am 31.10. bei WVLG 33. Also registriert euch, die Chancen sind gleich verteilt. Der Erste bis zum 60. hat die potenzielle Chance, diese Preise zu gewinnen. Und ich würde mich freuen, wenn ich damit euch motivieren kann, auf meiner Facebook-Gruppe sich einzutragen. Nochmals zur Erinnerung, der Name heißt Wie mein Podcast und die Online-Weinkurse Weinverstehen leicht gemacht. Ihr findet es auf Facebook, einfach suchen. Und da muss ich eure Mitgliedschaft bestätigen. Und dann gucken wir, wer in welcher Reihenfolge sich registriert hat und wer dann der Gewinner ist. Auflösung dann, wie gesagt, am 31.10. Und die Sachen werden dann schnellstmöglich zu euch verschickt. Und es gibt den 10 Euro Gutschein für meine Online-Weinkurse. Last but not least möchte ich auch nochmal Werbung dafür machen, dass ihr meine Online-Weinkurse ja nicht nur auf meiner dezidierten eigenen Seite online-weinkurs.de finden könnt. Und inzwischen habe ich dort auch neun von den versprochenen 13 Kurse freigeschaltet. Ich bin da auch noch fleißig am Aufnehmen und Bearbeiten. Der nächste Kurs wird wahrscheinlich Anfang Oktober dann zur Verfügung stehen. Da wird es dann um die aufgespritteten Likörweine gehen. Wer aber von euch auf Udemy unterwegs ist, das ist ja eine Homeschooling-Plattform, würde man jetzt vielleicht in Corona-Zeiten sagen, Dort gibt es ja auch Abo-Accounts und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr findet meine Online-Weinkurse auch inzwischen auf Udemy. Ausgenommen ist der Rosé-Weinkurs, weil Udemy eine größere oder längere Kurslänge voraussetzt. Und mit knapp 45 Minuten ist der Rosé-Weinkurs einfach zu kurz geraten, sodass der nicht online zu finden ist. Aber alle anderen acht Kurse findet ihr auch auf Udemy, wer das nutzen möchte. Die drei Key Facts von WVLG 31 sind folgende. Erstens, bereits 50 vor Christus kam der Weinbau im Zuge der Gallischen Kriege nach Deutschland und hat quasi von der Mosel aus seinen Siegeszug über Deutschland, wenn man das so nennen möchte, begonnen. Der richtige Aufschwung des Weinbaus in Deutschland begann dann aber in der Mitte des 13. Jahrhunderts als Kaiser Probus, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Zumindest ist dieser Name durchaus bekannt, wenn man in der Gegend im Rheingau oder Rheinhessen zu Hause ist. Kaiser Probus hat nämlich dann in einem Edikt erklärt, dass Weinbau jedermann möglich und erlaubt sei. Das hat dann den großen Aufschwung gebracht. Key Fact 2, Deutschland gilt bis jetzt zumindest noch wegen der Klimaerwärmung als sogenanntes Randzonen-Klima, zumindest die nördlicheren Anbaugebiete Deutschlands um den oder über dem 50. nördlichen Breitengrad. Das bedeutet, in Deutschland ist der Qualitätsweinbau eigentlich nur möglich in einer Nähe zu einem großen Gewässer oder mithilfe auffälliger spezieller Topografie. Damit sind beispielsweise die besonders steilen Weinberge, die Steilhänge, sogenannten Steilhänge an der Mosel gemeint, weil durch diese Neigung des Weinbergs die Sonneneinstrahlung noch senkrechter oder mit einem größeren Winkel eintreffen kann und damit die Sonne- und Lichtausbeute größer ist. Dritter Key Fact, die wichtigsten weißen Rebsorten in absteigender Reihenfolge sind. Zu 20% wird bei uns Riesling angebaut. An zweiter Stelle steht der Müller-Turgau oder auch Riewaner mit 14% und dann wird es schon deutlich weniger. Dann kommt der Silvaner, den wir ja an dieser Stelle schon häufig besprochen haben, mit 5%. Und der vierte, der dann in der nächsten Seminarepisode nochmal im Mittelpunkt steht, der Grauburgunder, der hierzulande eben auch öfters Ruhländer genannt wird, ist immerhin noch mit 4% der bestockten Fläche vertreten. Ja, bevor wir zur Theorie kommen, möchte ich euch vielleicht noch kurz erklären, wieso ich auf die Idee gekommen bin, Weine aus deutschsprachigen Anbaugebieten in einem großen Themenblock zusammenzufassen. Zum einen, das Wichtigste und Naheliegendste ist natürlich die geografische Nähe. Normalerweise ist es ja so, dass man überwiegend Weine trinkt, die mehr oder weniger aus der Nähe kommen. Also ich würde schon sagen, dass deutsche Konsumenten in erster Linie auch deutschen Wein trinken in der großen Masse. Ganz pauschal gesagt, da gibt es natürlich individuell Vorlieben und große Unterschiede. Aber Statistiken zeigen natürlich schon, dass in den meisten Weinbauländern, die eine nennenswerte eigene Produktion haben, im eigenen Land auch am meisten der eigene Wein getrunken wird und einer unserer Länder, die wir in diesem Block besprechen werden, nämlich die Schweiz, ist da ein ganz extremes Beispiel. Dort gehen ja nur circa 5% ungefähr der eigenen Produktion über die Staatsgrenze. Und warum die geografische Nähe so wichtig ist, liegt natürlich daran, dass man eine ganz andere Verbindung hat mit einem regionalen Produkt, einem domestischen Produkt, nationalen Produkt und da sich natürlich auch ein Besuch oder ein Kontakt mit dem Hersteller schon allein wegen der nicht vorhandenen Sprachbarriere viel leichter darstellen lässt. Neben der rein geografischen Nähe ist es aber auch im ganz weiten Sinne, ich weiß, ich bewege mich hier auf dünnem Eis, aber auch der kulturelle Hintergrund, also eher der Weinbauhistorische Hintergrund, wie sich die einzelnen Weinbauregionen entwickelt haben, wer dort auch im Einzelfall Technologieführer war oder leitende, bedeutende Rebzuchtanstalten. Das ist natürlich schon auch etwas, was ein Stück weit, sage ich mal, diese deutschsprachigen Anbaugebiete in eine Einheit fassen lässt, ganz grob aufgelockert, also nicht überbewerten jetzt, aber es ist meiner Erfahrung nach schon so, dass sich die Methoden, ein Stück weit auch die Rebzuchtenspiegel in diesen Ländern ähneln, beziehungsweise greift man auch wegen einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, klimatischen Ähnlichkeit, wobei hier die Unterschiede natürlich mit am größten sind, sich zwangsläufig auch ähnliche Rebsortenspiegel der einzelnen Anbauregionen ergeben. Und natürlich auch die Methoden, die Techniken ähneln sich, weil, wie gesagt, ja in den meisten Ländern ein paar wenige eine Handvoll an Forschungsanstalten, Universitäten, Rebzuchtanstalten den Ton angeben, Vorbildfunktionen aufgreifen oder darstellen und somit natürlich auch ein ähnliches Know-how in ihrem Wirkungsbereich verbreiten. Dazu möchte ich noch euch aufrufen, wenn wir jetzt eben schon Weine nicht aus aller Welt besprechen, sondern, ich weiß ja nicht, wo jeder Einzelne von euch sitzt, aber die Hörerschaft erstreckt sich eben auch in meinem Fall in erster Linie auf Deutschland, aber die Analytics zeigen eben auch, dass viele Hörer aus Österreich, Südtirol und der Schweiz auch ab und zu zuhören. Und damit habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die besprochenen Weine bzw. die Weingüter direkt zu besuchen, live zu besuchen und das ist mein Aufruf letzten Endes. Ich möchte euch schon ein bisschen animieren. Schaut auch mal zu den Winzern hin, besucht sie auf ihren Hof, macht dort eine Weinprobe und lasst euch das mal aus erster Hand erzählen. Für mich war das immer sehr spannend, unterhaltsam und auch sehr lehrreich und deswegen finde ich es auch, muss man irgendwann im Rahmen so einer Sendung oder Podcast auch mal die heimische oder regionale Wirtschaft unterstützen, bekannt machen und auch die Leute eben dazu aufrufen, sich mit ihren Erzeugern, das gilt jetzt nicht nur für Wein, auseinanderzusetzen und die Produkte mal direkt dort zu bestaunen, wo sie auch hergestellt werden. Ansonsten möchte ich in dieser Episode von der vertrauten Sendungsstruktur, Sendungsplan ein bisschen abweichen und zwar würde ich die Theorie ganz gerne heute unmittelbar vor dem verkosteten Wein machen. Es steht ja quasi die Region und die Rebshorte in Mittelpunkt, deswegen macht es jetzt für mich nicht so viel Sinn, die Theorie runterzuleiern und dann besprechen wir die Weine getrennt davon. Vielmehr würde ich jetzt oder starte ich jetzt gleich mit der ersten Verkostung der Scheurebe vom Julius Spital und bevor wir dann das Glas quasi füllen und den Wein probieren, erzähle ich euch jetzt gleich im Anschluss ein paar Details, zunächst zu der Rebshorte und dann vielleicht noch ein paar Infos, Infos, wen es interessiert, zum Weingut und der Region. Allerdings bei der Scheurebe werde ich es auch ziemlich kurz halten, weil Franken war ja schon häufiger in meinem Podcast im Fokus gestanden. Zur Vorbereitung dieser Verkostung benötigt ihr heute nur ein Verkostungsglas. Wir besprechen ja die Weine hintereinander. Es geht ja nicht darum, jetzt die Unterschiede zwischen diesen beiden Weinen herauszufinden, sondern es geht ja darum, euch diese beiden Rebshorten zu präsentieren. Deswegen reicht ein Verkostungsglas. Wie immer eine weiße Unterlage und hier nochmal zur Erinnerung, wer bei mir Wein bestellt, sei es auf der Podcast-Seite oder auch bei meinen Online-Weinkursen, der bekommt ja das WVLG Starter Genießer-Set bestehend aus dem weißen Tisch-Set mit den Markierungen für die Verkostungsgläser, als auch die Untersetzer, auf deren Rückseite sich ein kleines Formblatt für die Verkostungsnotiz befindet, als auch zum Download die Verkostungsvorlage, die große in DIN A4 Format als Cheatsheet für die Aromen, die ihr vielleicht mit etwas Unterstützung besser in den Weinen dann wiedererkennen könnt. Damit soll es jetzt genug sein mit dem Vorgeblänkel und wir widmen uns den beiden Weinen und starten zunächst mit Bevor wir nun den Julius Spital Scheurebe probieren, ein paar Hintergrundinformationen zur Rebshorte an sich. Die wurde ja 1916 von Georg Scheu in Alzei in Rheinhessen gezüchtet oder gekreuzt. Zunächst mal hieß es eigentlich in seinen Aufzeichnungen, es sei eine Kreuzung zwischen Riesling und Silvaner. Vor kurzem, also in 2012 glaube ich war das, haben wir dann allerdings DNA-Analysen ergeben, dass die Scheurebe eine Kreuzung aus Riesling und der Bouquetraube ist, die ja wiederum eine Kreuzung aus Silvaner und Trollinger ist. Somit sei Herrn Scheu zwar dieser handwerkliche Fehler verziehen, aber heute weiß man es eben besser. Die Eltern der Scheurebe sind Riesling und Bouquetraube, aber alle beteiligten Rebshorten sind natürlich Rebshorten, die in Deutschland eine sehr große Rolle haben. Und eben die Scheurebe wurde auch in Rheinhessen gezüchtet von einem Deutschen und hat auch in Rheinhessen heutzutage noch die größten Bestände. Ja, ich sagte ja, die Scheurebe ist möglicherweise die deutscheste Rebshorte. Das ist natürlich auf das eben Erwähnte zurückzuführen. Aber es gibt natürlich da auch eine gewisse Schattenseite, nämlich die Scheurebe hieß anfangs Sämling 88. Das findet man heutzutage auch nochmal auf den Etiketten, vor allem in Österreich. Aber die Weinsorte, Rebsorte wurde auch mal Dr. Wagner-Rebe genannt. Und zwar war der Herr Wagner seines Zeichens Landes Bauernführer im GAU Hessen-Nassau, also ein glühender Nazi. Und Herr Scheu war angeblich oder ist nicht hundertprozentig gesichert, aber auf jeden Fall hat er die Rebshorte auch nach seinen Chef, wenn man so möchte, benannt. Und deswegen kann es natürlich schon durchaus sein, dass Herr Scheu dem Dritten Reich und den Nazis nicht hundertprozentig abgeneigt war. Die Rebshorte wurde dann natürlich nach dem Krieg wieder umbenannt. Da wollte man keine Verbindung zum Dritten Reich noch mit der Namensgebung aufkommen lassen. Ähnliches hat er auch Österreich ereilt mit ihrer beliebten roten Rebshorte Zweigeld. Der Herr Zweigeld war ja auch ein richtiger Obernazi-Memmer, so möchte. Und die Österreicher mit ihrem lustigen Schmäh und dem Talent mit wenigen Begriffen den Nagel auf den Kopf zu treffen, wurde ja auch in den Heurigen und Beiseln der Zweigeld gerne aus Nazitröpferl bestellt. Mittlerweile gibt es auch Bestrebungen, den Zweigeld umzubenennen und eben nicht mehr an einen Verfechter des Nationalsozialismus zu erinnern. Das hat man bei uns besser gemacht. Zumindest wurde der Name Dr. Wagner von der Rebe getrennt und sie umbenannt. Und heute heißt sie eben nach ihrem Züchter Scheurebe. Die Scheurebe an sich ist eine Rebshorte, die über alle Ausbaugrade oder Süßegrade hinweg sehr gute Qualitäten liefert, wenn sie denn richtig ausreift. Ansonsten hat sie relativ schnell den sogenannten Sämlingsgeschmack, der im Extremfall auch irgendwie an Schweiß erinnern kann. Wenn die Qualität und die Reife stimmt bei der Scheurebe, dann verströmt sie allerdings einen sehr betörenden Geruch, ähnlich wie die Bouquetraube, sehr ausladende, expressive Aromatik. Und manchmal erinnert sie natürlich auch an florale oder blumige Aromen. Und insofern ist sie dem Riesling, der ja der andere Kreuzungspartner war, auch nicht unähnlich. Die Scheurebe neigt auch zu höheren Zuckergehalten und einer straffen Säure, sodass in der Vergangenheit die Scheurebe vorzugsweise halbtrocken ausgebaut worden ist. Allerdings haben sich in den letzten paar Jahren einige Winzer hervorgetan und haben eben auch die Scheurebe trocken ausgebaut. Und diese Weine, finde ich, überzeugen durchaus mit einem modernen, ansprechenden Stil ohne Zuckerschwänzchen und erschließen ganz neue Seiten auch dieser Scheurebe. Also mein Aufruf wäre an euch, bemüht euch mal eine trockene Scheurebe zu finden und dann kriegt die ganze Geschichte nochmal einen ganz neuen Touch. Viele verschmähen ja die Scheurebe, weil sie eben meistens halbtrocken ausgebaut worden ist. Da passiert es ja häufig schneller, dass die Qualität und Komplexität ein bisschen zurückstecken muss und deswegen die Scheurebe bei fortgeschrittenen Weintrinkern vielleicht nicht den höchsten Stand hat. Das hat sich aber mit dem neuen Trend, wenn man so möchte, die Scheurebe auch trocken auszubauen, grundlegend geändert. Wir probieren heute aber auch, weil das einfach nach wie vor das Gros der Weinherstellung mit Scheurebe ist, einen halbtrockenen Wein. So, dann ist es endlich soweit und wir widmen uns den ersten Wein. Und zwar der Scheurebe von Julius Spital, natürlich frisch aus dem Kühlschrank bei diesem heißen Wetter herausgenommen. Ich nehme ja heute am Dienstag, dem 15. September auf und hier ist es wirklich brüllend heiß und ich freue mich jetzt tatsächlich auf zwei gut gekühlte Weißweine. Ja, der Julius Spital Scheurebe befindet sich in einer Schlegelflasche, wie man es jetzt für primärfruchtige, schlanke, säurebetonte Weine erwarten mag. Es befindet sich obendrauf ein Schraubverschluss. Das finde ich jetzt ganz normal für diese Preiskategorie und es ist ja wie gesagt auch ein jung zu trinkender Wein. Deswegen macht alles in allem ein Schraubverschluss natürlich hier durchaus Sinn. Ich verkoste den Jahrgang 2017, wie man das vor der Etikett verrät und es ist ganz typisch im Stil vom Julius Spital eher schlicht gehalten. Wird nur die Rebsorte erwähnt und der Hersteller. Auf ein Rückenetikett wird komplett verzichtet und ganz klein. Auf der Seite Hochmodern ein QR-Code. Ich habe den noch gar nicht gescannt, das muss ich jetzt dann gleich machen. Als Ursprungsbezeichnung steht hier Franken. Das bedeutet, es handelt sich hier um ein Wein aus dem Qualitätsanbaugebiet Franken und damit mindestens um einen Qualitätswein. Da steht auch zwei Zeilen weiter drunter. Und dort ist natürlich auch die obligatorische AP-Nummer erwähnt. Und wie immer der Hinweis darauf, dass der Wein Sulfite enthält. Darüber haben wir ja auch schon in der Folge, wo es um nicht geschwefelte Weine ging, ausführlich drüber gesprochen. Das Überraschendste an diesem Etikett ist vielleicht die Angabe der Alkoholkonzentration. Es wird hier mit 11,5% angegeben, sodass wir hier mit einem leichten Sommerwein rechnen dürfen. Interessanterweise ist hier auf dem Etikett nichts zur Geschmacksrichtung angegeben. Also der Wein oder das Etikett, besser gesagt, verrät uns nichts darüber, ob es sich um einen trockenen Wein oder halbtrockenen Wein handelt. Ich würde tippen, nicht nur wegen der Rebsorte, weil Scheurebe ja, wie schon erklärt, ganz gerne immer halbtrocken, nicht immer, aber meistens halbtrocken ausgebaut wird. Und da er dann nicht aller Zucker vorgoren worden ist, ergeben sich bei halbtrockenen Weinen ganz automatisch niedrigere Alkoholkonzentrationen, sodass man jetzt hier alles in allem davon ausgehen kann, dass dieser Wein durchaus halbtrocken sein dürfte. Dann mache ich die Flasche mal auf und schenke mir mal einen guten Schluck ein, wenn ich sie denn aufkriege. Was als erstes auffällt, ist mir zunächst mal, dass der Wein eine eher blasse Farbe hat. Ich würde es als blasses Zitronengelb beschreiben. Der wässrige Rand fällt entsprechend breit aus, weil der Wein einfach auch nicht sehr viel Farbpigmente mitbringt. Beim Einschenken habe ich eine ganz, ganz leichte Perlage feststellen können. Ansonsten ist der Wein brillant klar. Diese Weine werden natürlich immer filtriert abgefüllt. Und ja, am Glasrand bilden sich ein paar Luftbläschen, also da wird Gas dann etwas Luft oder eben auch CO2 aus. Möglicherweise wurde der Wein ein bisschen imprägniert bei der Abfüllung. Dann riechen wir mal rein, ungeschwenkterweise. Ja, was man hier riecht, ist zunächst sehr blumig, sehr floral. Ich denke hier an erster Linie vielleicht an weiße Blüten. Ich habe ein bisschen Mandarine, ein bisschen Ananas vielleicht, Dosenananas. Die Intensität würde ich als Mittel beschreiben. Also ist der gar nicht so expressiv ausgebaut, dass er aus dem Glas springen möchte. Ein ganz klein wenig vielleicht ein weißer Johannisbeer. Also es ist schon einfach dieser florale, blumige Charakter, wofür die Scheurebe einfach steht. Und von dem angesprochenen Sämlingsgeruch ist natürlich nichts zu merken. Das lässt sich das Julus Spital natürlich nicht nehmen. Da achtet man natürlich sehr, sehr gut darauf, dass der Wein auch zu seiner Reife kommt. Und dann schwenken wir mal das Glas. Ja, dann kommt schon ein bisschen eine Zitrusfrische mit dazu. Es wirkt ein bisschen mineralisch sogar. Also man kann schon sagen, okay, die frische, knackige Säure kann man im Glas erwarten. Ja, und die floralen, fruchtigen Aromen gehen ein bisschen zurück. Das Spektrum hat sich jetzt nach dem Schwenken ein bisschen Richtung Mineralität, ein bisschen Richtung Zitrusfrische, ein bisschen Richtung Säure verschoben. Dann probieren wir mal den Wein. Also, im Mund kommt ein bisschen Pfirsich und Apfel noch mit dazu. Man merkt das kleine Zuckerschwänzchen. Also, der Wein ist höchstwahrscheinlich heidrocken ausgebaut. Allerdings eher auf der unteren Seite, würde ich sagen. Der Zucker wird auch ganz gut durch die Säure ausbalanciert. Alles in allem wirkt der Körper des Weines auf mich sehr leicht. Das wird natürlich unterstrichen noch durch den geringen Alkoholgehalt. Der Wein hat eine sehr geringe Viskosität. Er wirkt sehr dünnflüssig. Das soll jetzt nicht negativ sein. Es ist einfach das Mundgefühl, was man hat. Der Abgang ist als Mittelminus zu bezeichnen und von den Primärfruchtaromen getragen. Die Geschmacksintensität im Mund ist durchaus Mittelplus. Es ist schon eine gewisse Intensität, ein gewisser Aromendruck vorhanden. Das passt ganz gut, finde ich, eigentlich zu dem eher leichten Stil, dass man doch kräftige Aromen noch gleichzeitig hat. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil der Körper meistens ja durchaus auch kräftiger ausfällt, wenn die Aromen intensiver sind. Hier ist es ein bisschen was Besonderes. Wir haben kräftige, florale, fruchtige Aromen bei einem sehr leichten Körper. Die Säure, wie gesagt, ist durchaus moderat und passt zu dem Zuckergehalt ganz gut, meiner Meinung nach. Insgesamt, finde ich, wirkt der Wein eher auf der leichten Seite. Das ist für mich jetzt ein idealer Sommerwein zu den passenden Temperaturen von heute. Ich würde sagen, es ist ein einfacher, zugänglicher Wein für Leute, die gerne eine florale Aromatik bevorzugen, die leicht zugängliche Weine mögen, die vor allem aber nicht so eine super knackige Säure mögen, wie es der Riesling normalerweise mit sich bringt. Also, das ist ein Wein, der leicht zu trinken ist, mit dem man viele Leute eine Freude machen würde, der gut zu den Temperaturen passt und sich auch durchaus zu, ja, sagen wir mal, vielleicht leichten Sommersalaten als Essensbegleiter durchaus eignen würde. Mich würde wie immer interessieren, wenn ihr euch eine Scheurebe besorgt habt, vielleicht genau die vom Juliusspital. Ich kann sie euch leider bis auf Weiteres nicht auf meiner Homepage anbieten, aber nichtsdestotrotz würde mich freuen, wenn ihr die Scheurebe probiert habt, wie euer Eindruck war, wie ihr sie findet oder ob ihr von Haus aus von euch behaupten würdet. Ihr seid ein absoluter Scheurebe-Fan. Lasst es mich wissen und die anderen Hörer, wie ihr diese deutsche, vielleicht deutscheste Rebsorte, wie ich es genannt habe, findet und ob ihr in Zukunft diese auch gerne öfters trinkt und kaufen würdet. Kommen wir jetzt zu dem absoluten Aushängeschild des deutschen Weinbaus der Rebsorte Riesling, die wir ja auch in dem Podcast schon immer wieder erwähnt haben an verschiedener Stelle. Zunächst mal, Riesling ist eine sehr, sehr alte Rebsorte, die nicht durch Kreuzungen oder, wenn man so möchte, künstlich in einer Anstalt entstanden ist, sondern es handelt sich um eine natürliche Zufallskreuzung, deren Eltern höchstwahrscheinlich zum einen der Heunisch sind, eine sehr, sehr alte Rebsorte gleichermaßen, die heute größtenteils keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat und der Wildrebe. Die Wildrebe ist ja eine andere Subspezie von der Weinrebe, die, wie der Name ja sagt, wild wächst und kommerziell auch nicht genützt wird. Heutzutage findet man kaum noch die Wildrebe in unserer Natur. Im Rhein, in der Nähe von Speyer, auf paar Rheininseln wächst diese Wildrebe noch. Genauere Informationen könnt ihr auch in meinem Online-Weinkurs, in dem ersten Kurs gleich erfahren. Diese Wildrebe hat sich mit dem Heunisch gekreuzt und daraus ist dann zusammen noch mit einem Draminaklon, mutet wird anhand von DNA-Analysen letztendlich der Riesling entstanden. Die erste urkundliche Erwähnung der Rebsorte Riesling geht schon auf das Jahr 1402 in Worms zurück. Also wir haben hier eine über 600 Jahre alte Rebsorte, ein wahres Kulturgut quasi, was allen Ehren wert ist. Warum ist Riesling für Deutschland so gut geeignet und perfekt? Das liegt natürlich in erster Linie an den klimatischen Bedingungen, die in Deutschland vorherrschen. Die erste Bauernregel sagt ja, Weinbau findet zwischen den 30. und 50. Breitengrad statt. Das ist die erste Näherung, in welchem Bereich oder Band Weinbau gut funktioniert. Und Deutschland liegt ja quasi genau drauf. Der 50. Breitengrad geht ja in etwa durch Frankfurt durch und somit liegt das Rheingau und Rheinhessen genau nördlich und südlich davon. Und somit zählt Deutschland eigentlich ja schon zu den Randzonen Klimata. Wir haben ja in allen Weinbaugebieten Klimazone A, die kühlste Klimazone. Nur Baden mit seiner Vulkanlandschaft und ausgeprägten Sonneneinstrahlung zählt zur Klimazone B. So gesehen braucht es natürlich eine Rebsorte, die den Wetter trotzt. Der Riesling zählt zu den besonders winterfrostharten Rebsorten. Also ganz tiefe Temperaturen können der Pflanze in der Überwinterung relativ wenig anhaben. Er reift relativ spät. Das mag zunächst ein Widerspruch sein. Aber durch die verhältnismäßig geringere Wärme- und Sonneneinstrahlung braucht die Pflanze einfach ein bisschen länger, um reif zu werden. Und in unseren Mikroklimata, wo qualitativer Weinbau in Deutschland stattfindet, reicht die Wärmemenge oder Sonnenmenge dann aus. Aber es ist eben eine Rebsorte, die tendenziell eher später geerntet wird. Aber das alles zusammengenommen macht sie eben so attraktiv für Anbaugebiete mit Cool Climate, wie man manchmal auch hört, oder eben Randzonen-Klimata. Dazu kommt noch, dass der Riesling eine sogenannte Terroir-Rebsorte ist. Damit wird meistens gemeint, dass die Rebsorte den Boden, auf dem sie wächst, relativ gut widerspiegelt beziehungsweise sich abhängig von der Gesteinsart auch unterschiedliche Stilistiken herausgeben. So wie wir es ja quasi schon in der Folge WVLG 20, Terror und Mineralität, wo wir drei nahe Rieslinge von Tesch Parel verkostet haben. Dort sind wir ja genau auf diese Spezialität des Rieslings detailliert eingegangen. Und wer das nochmal nachhören möchte, hört sich eben die 20. Ausgabe vom WVLG-Podcast vom 11.01.2020 nochmal an. Wie ich eingangs schon gesagt habe, hat der Weinbau in Deutschland begonnen mit dem Einzug der Römer in den Gallischen Kriegen über das Moseltal als erstes. Die hatten natürlich noch ganz andere Rebsorten im Gepäck. Nichtsdestotrotz ist es auch eine schöne Geschichte, wenn man so will, ein schöner Zusammenhang, das ausgerechnet in der Mosel, im Moseltal der Weinbau begonnen hat. Und heutzutage die Mosel mit ihren Rieslingbeständen sicherlich das Aushängeschild schlechthin ist für den deutschen Weinbau. Ja, was macht die Mosel so speziell? Zum einen ist es natürlich das Mikroklimata und die spezielle Topografie. Also wir haben hier die eingangs erwähnte Nähe zu einer großen Wassermenge als Temperaturpuffer. Soll heißen, untertags werden die Temperaturen etwas abgemildert und nachts kann das warme Wasser in Anführungszeichen auch noch Wärme abgeben, sodass der Weinberg dann auch nicht zu kühl wird. Hinzu kommt, dass in den vielen unzähligen Moselschleifen natürlich sich auch die ganz berühmten Terrassenanlagen und Steilhänge ergeben haben, weil sich der Fluss Mosel eben in das Gestein tief eingefressen hat, sodass es ein tiefes, steiles Tal ergibt, was dann die Ausnutzung oder Ausbeutung der zur Verfügung stehenden Sonne und Wärme optimal gelingt durch die steile Anordnung der Rebanlagen. Was die Mosel Rieslinge so speziell macht, ist neben dem Mikroklimata, was zu einer schönen Vollreife führt, natürlich auch wieder die Geologie, allen voran die Schieferböden, die ganz typisch sind für die Mosel Rieslinge. Und dann kommt noch der dritte Aspekt, wie wir es schon öfters hatten beim Terror, dass eben auch die Kellertechnik und Anbaumethodik dort einen ganz besonderen Stil ergibt, nämlich die eher alkoholschwachen Rieslinge, oft auch mit einer spürbaren Restsüße. Und deswegen probieren wir heute quasi auch eine sehr hohe Qualität, eine Auslesequalität von einem Einzellagen Riesling, von einer ganz besonderen Lage und einem sehr, sehr guten Weingut, um eben die spezielle Riesling-Stilistik, für die Deutschland weltweit geschätzt wird, vielleicht sogar im Ausland mehr geschätzt wird wie im Inland. Deswegen ist das für mich eigentlich der typische deutsche Weißwein, wenn ich gezwungen wäre, ein ganzes Land anhand eines Weines zu repräsentieren. Dann kommen wir endlich zu dem Highlight der heutigen Episode unserer Riesling-Auslese vom Weingut Tarnisch von der Mittelmosel als Auslese ausgebaut von der Lage Brauneberger Jufer. Und ich habe hier vor mir den Jahrgang 2016 stehen. Ja, das Weingut Tarnisch kommt aus dem kleinen Ort Lieser. Das sagt dem einen oder anderen von euch jetzt vielleicht nichts, aber die Nachbarortschaften lesen sich wie ein Who-is-Who der Mosel-Winzer. Es liegt quasi zwischen Peaceport, was etwas flussaufwärts liegt, und flussabwärts kommt dann der weitere große Name Bernkastel-Küß. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Danach, gleich danach kommt Krach und danach Zeltingen. Das sind ja die ganz großen Namen an der Mittelmosel. Hier befinden wir uns eben jetzt in Lieser, ein kleineres Örtchen, was vielleicht jetzt nicht ganz so im Fokus steht. Und der Brauneberger Jufer, das ist eigentlich ein Ortsteil, der rechts der Mosel liegt, auf der anderen Seite von Lieser. Aber der Jufer ist wiederum auf der linken Seite der Mosel. Und damit ist das natürlich die gesuchte und exponierte Süß, äh, nicht Süß, komme ich gleich zu Süß, zur Südausrichtung dieser windgeschützten, sonnenexponierten Lage, die hauptsächlich für Riesling verwendet wird und dort eben mit zu den höchsten Qualitäten ausreifen kann, weil sie eben so ein perfektes Mikroklima hat. Die Weinbergslage Jufer meint auf Moselisch, Moselanerisch, Jungfrau. Und zwar ging es einfach darum, dass dort mal drei Geschwister Winzerinnen waren, die angeblich alle Jungfrauen waren. Da hat sich der Name eingebürgert. Aber diese Lage, und das ist ja das Spannende heute, auch eben eingerahmt von der Historie des deutschen Weinbaus, die eben auf die Römer zurückgeht. Dieser Streifen wurde schon vor über 2000 Jahren von den Römern mit Wein bepflanzt und hieß damals Dulcis Mons, also süßer Berg, worauf man schon schließen kann, dass schon in den Anfangszeiten des Weinbaus die Exquisität dieser Lage, das Qualitätsniveau dieser Lage schon den Römern bekannt war und eben auch bemerkt worden ist, dass dort die Reben zu einer ganz besonderen Reife herangeführt werden können und damit eben höhere Zuckergehalte erlangen können und vielleicht damit eben auch, wie wir es jetzt gleich im Glas haben werden, auch süßere Weine hat. Der Boden ist ganz klassisch der Devonschiefer. Das führt in aller Regel zu einem sehr eleganten Wein mit ausgesprochener Mineralität, einer knackigen, filigranen Säure, das eben absolut typisch ist für die Mittelmosel. Insofern verhoffe ich mir oder verspreche ich mir von diesem Wein, dass sie ein absolut typischer, herausragender Vertreter für Moselweine sind, wie sie in aller Welt eben geschätzt werden. Ja, das Weingut Tarnisch selber ist schon sehr lange im Geschäft. Es geht die Familiengeschichte nachweislich auf das Jahr 1648 zurück. Also da haben schon einige Generationen sich an den sehr steilen Weinbergen der Mittelmosel abgearbeitet. Das Sortiment des Weinguts ist ziemlich groß, um ehrlich zu sein. Wir finden hier Rebsorten wie Weißburgunder, Spätburgunder, Grauburgunder, Schardonnay, aber natürlich allen voran den Riesling aus unterschiedlichsten Lagen und Ortschaften entlang der Mittelmosel. Die Weine werden überwiegend trocken ausgebaut. Es gibt ein paar Feinherbevertreter. Das sind dann ausnahmslos Rieslinge. Und natürlich auch die fruchtsüßen Weine. Sprich, das sind dann eben Weine mit erhöhter Restsüße. Und dort geht es dann eben auch hoch bis zur Trockenbeerenauslese aus dem Heimatort des Weinguts vom Lieserer Niederberghelden. Und daneben gibt es noch ein paar Rotweine und Roséweine. Und versektet wird auch. Also man findet bei diesem Weingut die ganze Palette. Nichtsdestotrotz ist Tarnisch ein Traditionsbetrieb, der sein Handwerk natürlich bestens versteht. Und auch von Jahr zu Jahr mit guter Qualität, sehr guter Qualität überzeugen kann. Dann wenden wir uns mal der Flasche zu. Selbstverständlich handelt es sich hier um eine Schlegelflasche in grüner Schattierung. Daneben ist ein ganz schlichtes Frontetikett zu sehen, wo das Weingutshaus quasi abgedruckt ist. Das ist Brauneberger Jufer Riesling Auslese, hatte ich schon gesagt. Und auf der Rückseite steht deutscher Prädikatswein. Natürlich, Auslese ist ja die dritte Prädikatsweinstufe. Es geht ja los mit Kabinett, Spätlese, Auslese. Das Ganze ist eine Gutsabfüllung und enthält natürlich auch Sulfite. Diese Weine sind in aller Regel stabilisiert. Mit Ursprungsangabe Mosel. Hierzu muss man ja sagen, früher hieß das Qualitätsanbaugebiet Mosel, Saar und Ruwer. Da hat man quasi alle drei Flüsse, die dieses Anbaugebiet umschließt, in den Namen mit aufgenommen. Das war ein bisschen zu sperrig. Die Moselaner fanden auch den Hinweis auf die zwei anderen durchaus sehr, sehr guten Flusstäler für Weinbau etwas überflüssig. Heutzutage heißt das Anbaugebiet nur noch Mosel. Darunter leiden jetzt natürlich die Weingüter, die an der Saar und an der Ruwer liegen. Da muss jetzt quasi ein Saarwinzer als Ursprungsbezeichnung Mosel mit draufschreiben. Das erzeugt natürlich ein bisschen Schmerz, aber so ist es nun mal. Und die Alkoholangabe bei diesem Wein nur 7,5 Prozent. Das ist ja das, was ich schon einleitend gesagt habe. Der typische oder was typisch ist für Moselrieslinge, ist eben eine filigrane Mineralik gepaart mit einer knackigen Säure durch die vorwiegenden Schieferböden, auch in hohen Süßegraden und eben mit eher niedrigeren Alkoholgehalten. So, die Flasche ist verschlossen mit einem Naturkork. Das würde ich mir auch wünschen für diese Qualitätsstufe. Und diese Weine, der Wein kostet ja roundabout 20 Euro. Da kann man schon ein Naturkorken reinbauen. Und natürlich ist hier ja auch wieder der Fall durch den hohen Zuckergehalt und der hohen Säure, dass diese Weine natürlich auch sehr lange haltbar sind. Und die Reifung der Weine, insbesondere beim Riesling, also einer Weißweinrebsorte, die durchaus sehr gut reift, möchte man natürlich das Petrol-Aroma durch die Reife. Das THC-Aroma beim Riesling ist der Petrol-Aromatik. Die erreicht man natürlich erst dann, wenn der Wein ordentlich reift. Und dafür ist meiner Meinung nach auch ein Korken nötig. So, dann schenke ich mir mal wieder einen guten Schluck ein. So, ja, also der Wein ist auf jeden Fall schon mal von der Farbe her viel intensiver wie sein Vorgänger. Wir haben jetzt hier ein, ja, durchaus kräftiges Strohgelb, vielleicht Zitronengelb. Ja, sagen wir mal, vielleicht ein kräftiges Zitronengelb mit strohfarbenen Reflexen. Auch hier hatte ich beim Einschenken eine minimale Perlage. Der wässrige Rand ist beim Weißwein ja nur halbspannend, aber hier ist er viel, viel schmäler als beim Vorgänger. Der Wein ist klar und wir erwarten ja hier bei der Auslöse auch hohen Restzuckergehalt. Da wird sich relativ schnell eine Schlierenbildung einstellen. Ansonsten optisch fällt mir jetzt im Augenblick an dem Wein nichts noch weiter auf. Dann rieche ich mal ungeschwenkterweise rein. Und das ist einfach, einfach genial oder geil würde ich fast sagen. Das ist halt das, was Riesling auszeichnet. Es ist die typische Rieslingnase, eine Aprikose habe ich hier natürlich, Weinbergspfirsich, ein bisschen grüner Apfel. Es geht natürlich auch ein wenig in die exotische Richtung. Kann man hier ein bisschen Maracuja reindenken, auch ein bisschen Ananas wieder. Und was einfach raussticht, ist diese Mineralität, das steinige, das salzige, das fast schon herbe, ein bisschen. Man könnte es im ersten Anflug vielleicht ein bisschen aus Kellergeruch, so nasser Stein interpretieren. Und ein wenig, ein wenig Petrol habe ich schon in der Nase. Also ein sicherlich nicht alltäglicher Riesling, wie man ihn jetzt in der 5 Euro Kategorie kennt oder häufiger trinkt. Das ist ja schon sicherlich kein Alltagswein mehr für die meisten mit 20 Euro und Auslese. Aber hier hat man einfach eine Komplexität, eine Konzentration der Aromen, die einfach faszinierend ist. Und das macht diesen Wein schon beim ersten Reinriechen so außergewöhnlich. Herr, herrlich, man könnte da den ganzen Tag die Nase reinhalten in das Glas. Und schwenken wir mal. Schauen wir mal, wie sich da die Aromen darstellen. Ja, okay, also der Kellergeruch geht ein bisschen zurück. Es wird ein bisschen fruchtiger. Ich würde auch sagen, es bleibt in der gelben Fruchtschiene. Ja, die Pfirsich ist da auf jeden Fall. Der Apfel und so fort setzt auch wieder die Säure ein bisschen ein. Die Mineralität schlägt sofort wieder durch. Und das ist eben genau das, was die Mosel auszeichnet, sind einfach die Schieferböden und wie der Riesling darauf reagiert. Durch diese exponierte Ausrichtung nach Süden, wie wir es in diesem ausgezeichneten Weinberg, in dieser ausgezeichneten Lage haben, dann blüht der Riesling eben auf und verströmt so ein komplexes, intensives Aroma, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen möchte. Also man hat Primäraromen von der Frucht, gar keine Frage. Wir haben die Mineralität, die sich durch eine gewisse Salzigkeit auszeichnet. Der Wein wirkt filigran, er wirkt sehr elegant, er hat einen gewissen Aromendruck, ohne dabei fett oder breit zu wirken. Es kommen schon die ersten Tertiäraromen durch die Reifung des Rieslings hinzu. Also wir haben hier einen ganzen Blumenstrauß und die Komplexität ist meiner Meinung nach schon mal sehr, sehr groß in der Nase. Dann probieren wir den Wein. Ja, toll. Einfach toll. Ja, wo fange ich an? Also als erstes fällt auf, für eine Auslese, der Wein ist im Mund extrem elegant, er wirkt so leichtfüßig, er wirkt so zart, so filigran und das auch gepaart mit einer so starken Konzentration und Intensität der Aromen, dass es einfach faszinierend ist. Die Säure ist durch die Auslese optimal gepuffert. Es wirkt weder süß noch säurelastig. Also für alle, die Riesling meiden, weil ihnen die Säure zu hoch ist, ist zumindest hier sensorisch die Balance perfekt eingestellt. Dann probiere ich gleich nochmal. Wir haben einen gelben Fruchtkorb von Aprikosen auch im Mund. Es kommen auch tropische Früchte wieder hinzu. Vielleicht ein bisschen Maracuja nochmal, ein bisschen Passionsfrucht. Bisschen Melone auch, ein bisschen Netzmelone würde ich vielleicht sagen. Sehr, sehr reife Netzmelone, kurz bevor sie eigentlich überreif wird. Wir haben aber auch Marzipannoten jetzt. Es kommt ein interessanter, nussiger Komponente noch mit dazu. Also der Abgang hat sowas Marzipanartiges, was ich ja total liebe, gepaart mit dieser Frucht, wie man es vielleicht insgesamt von diesen Dominosteinen her kennt. Also eine gewisse Opulenz, eine Süße durch die Schokolade, das Fruchtgelee und dann nochmal auch das Marzipan, was ein bisschen nussig mit reinbringt. Der Wein wandelt sich im Mund ziemlich stark. Den Körper würde ich aus Mittelminus bezeichnen. Der Wein ist natürlich am oberen Ende von halbtrocken. Der Alkohol von 7,5% macht den Wein eben sehr schlank und elegant und nicht schwer. Und ja, also so erdrückend, sage ich mal, dass man schon das aufpassen muss, nicht zu viel zu erwischen. Hier ist es eher so, man hat hier vielleicht schon ein traubensaftartiges Mundgefühl, wo man einfach immer mehr Lust hat, nochmal einen Schluck zu nehmen, weil es einfach so lecker ist und man vom Alkohol so gut wie gar nichts merkt. Der Abgang ist sehr, sehr lange. Ich habe jetzt immer noch was im Mund, obwohl ich ja hier vor mich hinsprudel. Der Abgang ist meiner Meinung nach von den Primärfruchtaromen getragen und die Säure haftet sich auch am Gaumen an, sodass die Spannung bis zum letzten Sinneseindruck eigentlich hier erhalten bleibt. Ja, einfach ein herrlicher Wein. Ich weiß, 20 Euro sind viel Geld, aber wenn ihr Wein verstehen wollt, wenn ihr besonders Interesse an deutschen Rebsorten habt, wenn ihr ein Riesling-Lover seid, wie auch immer, oder euch dieses Gebiet erst dabei seid zu erschließen, dann führt an der Mosel einfach kein Weg dran vorbei. Riesling hat eine riesen Bandbreite von Stilistik zu bieten, kehrt den 5 Euro Rieslingen vielleicht sogar in der Literflasche den Rücken, klettert die Prädikatstufen enpor. Es muss ja jetzt nicht gleich die Trockenbeeren-Auslese sein, aber schnappt euch mal eine Auslese in dieser Qualität aus diesem tollen Jahrgang, vielleicht auch ein älterer Jahrgang, selbstverständlich komme ich gleich nochmal dazu, und schaut euch an, wie elegant, leichtfüßig, betörend, berauschend eine Auslese heutzutage sein kann, wenn man sein Handwerk versteht, wenn man Zugang zu besten Weinbergen hat und das Wetter mitgespielt hat, welch faszinierende Weine Riesling erzeugen kann. Und egal, aus welcher Ecke ihr aus Deutschland kommt, schaut auf die Mosel. Wer nicht Mosel-Rieslinge in großer Zahl und ausgiebig verkostet hat, denke ich, ja, wie soll ich sagen, wird dem Riesling vielleicht nicht gerecht und kann sich dieser Rebsorte nicht wirklich annähern, wenngleich natürlich sehr viele Anbaugebiete in Deutschland mit Riesling eine ausgezeichnete Qualität erzeugen können. In der Stilistik einfach was ganz anderes, und für mich ist einfach der Mosel-Riesling stellt was ganz Besonderes da in dem ganzen Reigen unserer hervorragenden Riesling-Weine, worum uns die ganze Welt beneidet. Ja, Qualitätseinschätzung zu diesem Wein habe ich ja jetzt quasi schon gemacht. Das einzige Träne, die ich mir jetzt verkneifen muss, ist, dass dieser Wein zum Trinken einfach viel zu jung ist. Wie gesagt, die TRCR-Aromen, die Petrolnote, kommt langsam in Erscheinung, tritt langsam in Erscheinung. Die würde noch stärker werden. Ich würde diesen Wein auf jeden Fall noch mindestens zehn Jahre geben, gar keine Frage. Da würde er zur Hochform vielleicht auflaufen, vielleicht sogar auch länger. Müsste man dann immer wieder mal probieren. Aber der Wein macht jetzt schon riesig Spaß. Habt ihr vielleicht mitbekommen, ist ein bisschen rübergekommen. Wer sich eine Kiste anschaffen möchte, tut gut daran, die erste Flasche jetzt zu probieren und an einem Abstand von drei Jahren sich durchzuprobieren und schauen, wie der Wein mit zunehmendem Alter immer weiter wächst und vielleicht sogar auch mehr Spaß macht. Ja, Riesling hatten wir in diesem Podcast ja schon häufiger für mich ein kleines Zwischenhoch. Diese Auslese von der Mosel. Ich bin völlig begeistert, freue mich jetzt auf den Rest der Flasche im Laufe des Abends. Und obwohl wir schon oft über Riesling gesprochen haben, würde es mich natürlich schon interessieren, was ihr von Riesling haltet, ob ihr ihn gerne trinkt, warum und wenn nicht, auch warum, würde mich sehr interessieren und ob ihr häufiger zu Auslesen greift, wie ihr die findet und vielleicht wie ihr diese Tarnisch-Auslese selber empfunden habt, wenn ihr die Verkostung mit mir gemeinsam mitgemacht habt. Die heutige Buchempfehlung ist ganz eng verbunden mit meiner eigenen persönlichen Reise in die Weinwelt. Mit dem Buch Weinwunder Deutschland von Stuart Pickett habe ich nämlich quasi meine Weinreise vor knapp zehn Jahren gestartet. Stuart Pickett, einer der bekanntesten deutschen Weinautoren, seines Zeichens Engländer und hat eben die große Gabe, unterhaltsam, kurzweilig und mit einem guten Schuss britischen Humor über Wein zu sprechen und zu schreiben. Und das Buch, das 2010 erschienen ist, Weinwunder Deutschland, war eben einer meiner wichtigsten Markierungssteine, Ecksteine, um eine Idee zu haben, was in der Weinwelt los ist und war für mich schlicht und einfach der Anfang, wo ich mich für Wein begonnen habe, so zu interessieren, dass mich das Thema dann nicht mehr losgelassen hat und ich euch heute dann selber über Wein bereits erzählen kann. Dieses Buch ist im Rahmen einer Serie, Fernsehserie des Bayerischen Rumpfunks erschienen. Es ist quasi ein Begleitbuch zu dieser Sendung, was aber, finde ich, durchaus nötig ist, sich noch anzuschaffen, weil dort natürlich noch viel mehr Details und Daten zu den Anbaugebieten und Weingütern und Rebsorten enthalten ist, wie es in üblichen 45 Minuten Fernsehsendungen möglich sind. Deswegen ist dieser Tipp nicht nur das Buch, das 280 Seiten etwa hat, wie gesagt, 2010 erschienen und ist über mein Amazon Affiliate Link für knapp 30 Euro neu im Augenblick zu erstehen. Dazu gibt es dann noch zwei DVD-Boxen. Die erste Staffel ist im Augenblick für knapp 73 Euro zu beziehen. Durchaus auch sehr zu empfehlen und natürlich die ideale Ergänzung zu dem Buch. Das sind im Prinzip die Sendungen, die damals auch über den Äther ausgestrahlt worden sind. Und dann gibt es auch noch die zweite Staffel. Da muss ich mal gucken, ob ich euch die im Laufe der nächsten Tage dann noch als Amazon Affiliate Link anbieten kann. Im Augenblick wäre dieses Buch aber vergriffen. Ich muss noch mal mich schlau machen, ob es das über die BR Mediathek oder in deren Online-Shop geben wird. Ansonsten verlinke ich euch das dann auch noch mal in der Shownote dieser Ausgabe. Also dieses Buch mit für 30 Euro ist der absolut perfekte Start für den deutschen Wein, um sich damit besser auszukennen. Ein Standardwerk und eben durch den britischen Humor von Stuart ein sehr kurzweiliges Buch, was ich euch eben ans Herz legen möchte. Als Wein der Woche möchte ich euch heute mal wieder einen Rotwein präsentieren präsentieren und zwar einen ganz besonderen Rotwein, wie ich finde, nämlich einen Pinot Noir, also Spätburgunder aus Neuseeland. Neuseeland als Weinbaunation hat sich ja mehr oder weniger dem Sauvignon Blanc verschrieben, aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Es gibt noch viele andere Weinbaugebiete neben dem Marlboro, aber der Sauvignon Blanc ist das Aushängeschild, aber an zweiter Stelle mausert sich immer mehr eine noch weiter südlich gelegene Region, die sich Central Otaigo nennt. Das ist das südlichste Anbaugebiet auf der neuseeländischen Südinsel und zwar mitten im Landesinneren, somit eine Rarität für Neuseeland, nämlich so gut wie keinen Einfluss durch das Meer und damit finden wir hier vor allem ein kühles kontinentales Klima und dieses Anbaugebiet ist eingeschlossen, umschlossen von einer Hügelkette und eine traumhafte Landschaft mit tollen Seen. Der Winzer findet dort aber eben klimatisch die besten Voraussetzungen, um Riesling und Spätburgunder anzubauen und ist vielleicht am ehesten noch zu vergleichen vom Klima her mit dem Burgund oder den deutschen nördlichen Anbaugebieten und die Geologie ist dort eben sehr sehr spannend. Die Gesteins- und Bodenarten wechseln auf kürzester Distanz von unterschiedlichsten Gesteinsorten, sodass die Winzer dort eine schöne Möglichkeit finden, verschiedene Stile auszuprobieren und herzustellen. Central Otago befindet sich wie gesagt in der Mitte der Südinsel und zwar fliegt er dann am besten nach Christchurch und dann geht es ein bisschen südwestlich circa 150-100 Kilometer ins Landesinnere. Die beiden großen Hauptorte sind da Wanaka, Gromwell und Queenstown und dort findet man dann mittlerweile schon 125 Winzer, die durch ausgesprochen hohe Qualität sich auszeichnen. Die Weine, die Spätburgunder aus dem Central Otago zählen mit zu den besten Spätburgundern der Welt und der große Vorteil daran ist, es gibt sie auch noch zu vernünftigen Preisen. Wir oder ich möchte euch diese Woche den Pinot Noir von Mudhouse 2012 präsentieren. Der kostet schlappe 12 Euro, also wirklich ein Schnäppchen, das Ganze mit Schraubverschluss, ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht. In der Nase ganz typische Aromatik, Kirsche, dunkle Beeren, aber vielleicht viel würziger wie man es hier meistens aus der alten Welt, aus Europa vielleicht kennt. Alles spricht nach kühler Aromatik, aber sehr ansprechend und elegant. Am Gaumen natürlich knackige Säure, ganz weiche Tannine, liegt vielleicht auch schon ein bisschen an dem Alter von acht Jahren und selbstverständlich ist dieser Wein trocken ausgebaut. Die Aromen wiederholen sich im Mund natürlich ganz typisch die Schattenmorellen eben, was man beim Spätburgunder erwartet und auch hier wieder eine sehr würzige Kräuterartige Aromatik das Ganze mit einem mittleren Körper vielleicht ein etwas erhöhter Alkoholgehalt für Spätburgunder und der Abgang ist durchaus überdurchschnittlich lang und von der Komplexität der primären Frucht getragen also ein Wein den es sich durchaus mal zu probieren lohnt für 12 Euro macht man da nichts falsch und kann mal auch Spätburgunder vom anderen Ende der Welt probieren das sich eben durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet So damit sind wir schon wieder am Ende dieser ausführlichen WVLG Ausgabe mit dem ersten Teil zu deutschen Weißwein ich hatte euch ja anfangs schon ein paar Ausblicke für die nächsten Wochen gegeben nochmal hier zur Zusammenfassung die nächste Folge WVLG 32 erscheint in drei Wochen am 10. 10. 2020 mit dem Interview meiner Weinprinzessin in Anführungszeichen und dort werden wir sechs Weine aus dem Ahrtal besprechen weil das nämlich ihre Heimat ist die nächste Seminar Episode WVLG 33 mit dem zweiten Teil zum deutschen Weißwein erscheint am 31. 10. 2020 und dort werden wir dann eben nochmal zwei Weißweine probieren und zwar aus der Burgunder Familie Grauburgunder ist ja eine sehr wichtige Rebsorte in Deutschland ich möchte euch aber einen Grauburgunder aus einer eher unbekannten Region vielleicht präsentieren die man auch nicht immer auf dem Radar drauf hat nämlich aus Saale Unstruth einer der nördlichsten Anbaugebiete in Deutschland und da bin ich mal gespannt wie elegant ein Grauburgunder auch in kühleren Regionen werden kann weil grundsätzlich Grauburgunder ja ein bisschen ein nennen wir es mal Eleganzproblem und Komplexitätsproblem hat wenn man es so zusammenfassen möchte und da bin ich sehr gespannt wie dann der Grauburgunder aus Saale Unstruth uns gefallen wird wenn wir dann schon die Burgunder Familie besprechen darf natürlich nicht der kleine Bruder der Weiß Burgunder fehlen der ja oft als der elegantere interessantere Burgunder Wein gilt und zwar möchte ich dort euch einen aus Württemberg präsentieren einer der innovativsten deutschen Wein Anbaugebiete zur Zeit und hier kommt wieder ein VDP Weingut zum Zug diesmal Graf Adelmann probieren wir einen trockenen Weißburgunder aus Württemberg ja damit soll es für heute dann auch genug sein ich würde mich eben wie gesagt freuen über eure Bewertungen und Rezessionen auf iTunes nutzt das Gewinnspiel und registriert euch auf meiner Facebook Gruppe Weinverstehen leicht gemacht dort gibt es dann eben für alle Einschreiber meinen WVLG Starter Set zu gewinnen bestehend aus Bierdeckel Tischuntersetzer Verkostungsnotiz Spickzettel und eben den 10 Euro Gutschein für meine Online Weinkurse Ich würde mich freuen von euch zu hören egal auf welchem Kanal ich wünsche euch wie immer interessante und leckere Weine in euren Gläsern bleibt gesund und mir gewogen bis zum nächsten Mal herzliche und genussreiche Grüße aus München euer Florian Paus Servus